Der Engel der Regenbogen-Scharmanne. Ja, das ist du. Nee, Gabriel. Ja, Gabriel. Er wird dann zu Lucifer. Ja, Luzern ist Lucifer. Ohne Scheiß, wenn du auf YouTube oder so schreibst, Lucifer gleich Satan oder so, es gibt garantiert irgendjemand, der sagt, aber das ist nicht so. Und dann zitiert er so 3.000 Fassagen aus der Bibel. Das ist auch kein Promi, der kommt direkt mit einer hirnstimmigen Bibliothek. Kennst du die Lil' Way Kirby Pastor? Es gibt den Lil' Way Kirby Pastor, er hat so einen Song, der hat geschrieben, der heißt, Azela Gaiing. Und wenn du den so rückwärts abspielst, dann gehörst du so Teufel-Namen. Und die Story ist einfach so, eigentlich nur, das beleidigt eigentlich nur Lil' Way und so, er hat so einen Puck mit dem Teufel eingegangen, um eine gute Karriere zu haben. Und deshalb hört mich seine Musik eigentlich so scheiße an. So alle von OVO haben mit dem Teufel einen Puck eingegangen. Das ist so lieb. Das sind die alle so unkalentiert, aber kriegen halt Geld dafür. Das erinnert mich ein bisschen an die Leute, die glauben Tupac werben. Sam! Mit wem spielst du denn jetzt? Mit Yes, I'm Alive. Was? Nee, ich meine, äh, Double. Tupac, Tupac. Ach so, hab ich nicht. Tupac steuert, sie hat's in einen die Lenden. Ja, hast du gar nicht gezahlt, oder? Ich glaub nicht, ja. Oh, was? Müssen sieben Euro sein. Das ist auch tradeless. Ja, ich weiß, sie sollen danach einfach. Sagt ihm Bescheid. Was steht's hier? Oh, let's go, Alter. Was geht denn da auf? Digga, ey. Er macht hier Fock S. Dass er den Fock wieder auspackt hat. Oh, what? Henry, halt mal die Schilden vor. Geldjungen mit der Big Dick Energy. Oh, Fock! Das ist stört. Dusan hat Netflix. Big Dick Energy. Das ist halt nur. Dusan ist der größte Lager. Nein, nein, das wird jetzt... Hey, ich will mal den Dusan schmiedeln. Ähm... Oh, let's go! Ah, schade. Ah, den gleichen Fehler hat der letzten Donnerstag. Er ist schon seit... Wie lang ist der schon aktiv? Seit einem Jahr ungefähr? Ja, wir kennen ihn schon relativ lang, aber er ist halt... Er konnte halt nie ins Meltdown, weil er zu jung war. Ja. Die waren bei Ahmed immer noch. Ja! Als sie so 14 waren. Als sie noch Kids waren. Hey, wer ist Ahmed? Shoutouts an Ahmed. Wer ist Ahmed? Ahmed ist der, der kein Michi Glück hat. Ach so! Ah! Ah! Kein Davy! Kein Davy! Aber war schon ein Cancel. Swag. Nein! Schade. Schon ein bisschen ewig, was er beschreibt. Ja! 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 Ja, ja! Ja, ja! Ja! Ja, ja, ja. Ah, Kevin Sänger. Kevin mag viele Sachen. Was kannst du, Spaste? 3 Euro pro Person. Team ist auch nur für Opfer. Also wir dürfen nicht Team spielen. Mach mal. Das ist für mich. Ja, du könntest ja auch viel besser sein, wenn du denn wolltest. Es liegt in deiner Hand. Sicher geht das gleich danach. Du bist ja ein kranker. In Zweiten. Ja, ich weiß. Kannst du mal kurz auf Hero gucken, ob der nicht mehr spielt? Oder Ofes, Ofes, Ofes. Oh, ne, ne, ne. Alex gegen... Wir wollen nicht so viel Spiel fahren. Ich hab dir immerhin nicht gesagt, dass Pro ist. Good games. Good games. Safety is not good. Das vielleicht war doch wohl. Großes!